Hallo und herzlich willkommen zum Praxis Family Podcast. Heute bei mir der Matthias und in diesem Podcast lernst du, wie du schlauer wirst als dein Arzt. Hallo Matthias. Hallo Julian. Heutiges Thema der Folge ist der Energieverlust nach einer Infektion und was du tun kannst. Und viele Menschen berichten nach einer Infektion, dass sie sich wochen- oder sogar monatelang erschöpft fühlen. Kannst du erklären, warum das so ist? Ja, das große, große Problem ist, dass viele, die in eine Infektion rein starten, schon auf eine Mangelbasis da reingehen. Das heißt, für viele Menschen gilt, dass sie nicht richtig nährstoffversorgt sind und tatsächlich die Nährstoffe, die im Körper sind, nicht ausreichend vorhanden sind. Also es ist das große Problem, dass die Grundversorgung, die wir normalerweise haben mit Lebensmitteln, nicht mehr ausreicht, um uns richtig optimal zu versorgen. Viele gehen mit einem Vitamin-D-Defizit in die Winterzeit zum Beispiel, haben ein B12-Defizit, haben verschiedene Mineralien, die zu wenig da sind, haben einen chronischen Stress und deswegen unter Umständen viel zu wenig Magnesium. Und all diese Dinge sorgen dafür, dass dann das Immunsystem relativ am lowest level ist und dann kommt die Krankheit. Und wenn die reinschlägt, werden die letzten Reserven vom Körper genutzt und genommen und der Körper versucht natürlich händeringend gesund zu werden, schafft das dann auch irgendwie unter Umständen, aber es ist danach total ausgemergelt. Und dann braucht es eigentlich erstmal einen Grundaufbau. Und die Kunst ist natürlich nicht auf dem lowest level quasi, wenn das Benzin im Auto nur noch auf Null steht, auf die Autobahn zu fahren. Also die Kunst ist, vorher aufzutanken und dann in diese Phase reinzugehen, wo Erkältungen typisch sind. Und was denkst du, was ist so das typische Symptom dafür, dass zum Beispiel ein Nährstoffmangel vorliegt? Ja, bei vielen ist es so, dass sie vorher schon merken, dass sie erschöpft sind, ein bisschen müde sind oder nach Hause kommen von der Arbeit und eben nicht wirklich wach sind. Bei manchen ist es so, dann ist es schon ein bisschen gravierender, dass sie morgens nach dem Schlafen nicht richtig fit sind und einfach auch viel zu leicht gestresst sind. Also dass Dinge entstehen können, die im Alltag normal sind, normale Herausforderungen, einfach mit Kindern eventuell oder auf der Arbeit oder wenn was schief geht, daran merkt man immer ganz gut, wie gut ist jemand beieinander. Und wenn er dann komplett an die Decke geht, weil die Haut sehr dünn ist und sehr leicht reizbar ist, das sind oft Hinweise dafür, dass wahrscheinlich Mängel vorliegen. Und wie kann ich jetzt, wenn ich jetzt betroffen bin, herausfinden, ob jetzt meine Müdigkeit wirklich mit dem Fakt der Infektion zusammenhängt oder gibt es da auch noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen? Ja, natürlich gibt es andere Faktoren auch. Es ist immer so ein bisschen natürlich die Frage, wenn ich jetzt keine Möglichkeit habe, wirklich vernünftig nachzutesten, dann muss ich Vermutungen anstellen. Und dann ist halt das Naheliegen, wenn ich krank war und danach bin ich mehr müde als vorher, dass es wahrscheinlich am krank gelegen hat. Aber es ist eben schwer zu wissen, habe ich jetzt noch die Infektion, schlummert die noch quasi in mir und muss ich da vielleicht noch was gegen machen? Oder ist es wirklich so, dass ich jetzt leer gelaufen bin und keine Nährstoffe mehr habe? Oder was ist los im Körper? Und man kann das natürlich herausfinden und raustesten, was da nötig ist. Das ist in der Schulmedizin allerdings relativ schwierig. Was ist der beste Ansatz, um nach einer Infektion wieder mehr Energie zu bekommen? Gibt es bestimmte natürliche Mittel oder Methoden, die besonders gut funktionieren? Ja, das Beste ist wahrscheinlich wirklich, sich gut mit Nährstoffen zu versorgen. Das heißt, vernünftig zu essen, gesund zu essen, nicht Fast Food essen, sondern wirklich Lebensmittel aufzunehmen, die nährstoffreich sind. Vielleicht sogar über Nahrungsergänzungen nachzudenken. Gerade im Bereich Vitamin D macht das Sinn, das aufzufüllen. Man kann das auch untersuchen lassen, theoretisch das Vitamin D Level, um zu gucken, wo stehe ich denn mit meinem Vitamin D? Das ist etwas, was wir theoretisch immer empfehlen. Ja, oder man testet es einfach aus. Also wir haben ja die Möglichkeit, über die Testmethode, die wir in unserer Akademie beibringen, gezielt auszutesten, was braucht der Körper? Welche exakten Nährstoffe sind nötig, um jetzt wieder auf die Füße zu kommen? Damit fahren wir am besten. Und das ist immer individuell. Es sind leider nie die gleichen Nährstoffe. Es ist immer ein bisschen anders bei den verschiedenen Menschen. Aber wenn man dann die richtige Schlüssel-Schloss-Kombination hat quasi, dann ist es wie Magie. Dann ist es quasi nach einer Woche, vielleicht zwei maximal und du bist wie neu geboren. Du machst das Ganze jetzt auch schon seit über 15 Jahren mittlerweile. Und kleiner Funfact, du bist auch bis 2025 als Heilpraktiker komplett ausgebucht. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Termin bei dir haben will, darf ich erstmal ein Jahr lang darauf warten, bis ich da rankomme. Und du hast jetzt gerade gesagt, das kann man testen. Was sind denn so die häufigsten Ergebnisse, die bei der Testung rauskommen? Also jetzt du hast eine langjährige Erfahrung. Was sind denn die häufigsten Probleme in der Ernährung? Ich glaube, das Hauptproblem ist, wenn wir jetzt über die Ernährung sprechen, dass viele Nährstoffe aufgenommen werden, die hochverarbeitet sind. Also einfach Lebensmittel, die irgendwie aus irgendwelchen Plastikverpackungen kommen oder Fast Food sind oder einfach die falschen Nährstoffgruppen. Also wenn wir über Versorgung vom Körper sprechen, müssen wir erstmal dafür sorgen, dass der Körper die richtigen Dinge oben in die Fressluke reinkriegt. Und das sind halt einfach mal auch Gemüsesachen, das sind gute Vitamine, das sind gute Eiweiße, Proteine, gute Fette, die der Körper braucht. Und viele von uns neigen eher dazu, sehr kohlehydratlastig zu essen, sehr fleischlastig zu essen, also Dinge zu essen, die schnell den Körper versorgen. Ja, wenn man irgendwo hingeht, einen Döner zum Beispiel isst oder eine Portion Pommes oder einen Burger oder diese Dinge. Und das ist eben was, was nicht wirklich gut ist für die Gesundheit. Und wir brauchen ein breites Spektrum an Nährstoffen und auch genug davon. Und das zweite Problem ist dann, wenn ich die falschen Lebensmittel esse, kann es dazu führen, dass mein Darm sich entzündet. Dann entsteht eine chronische Entzündung in der Darmwand, die ich nicht bemerke, die ist still. Und das sorgt dafür, dass ich dann die paar Nährstoffe, die noch reinkommen, nicht richtig aufnehme. Und das ist ein Teufelskreis. Das heißt, ich fräse vielleicht den falschen Mist, auf Deutsch gesagt, und das entzündet meinen Darm und dann kommt überhaupt nichts mehr im Körper an. Und dann wundert sich natürlich jeder, warum laufe ich jetzt leer? Warum funktioniert das nicht, das System? Und das ist bei manchen so, oder bei den meisten eigentlich so, bei mir war das früher auch so, dass da keiner drüber nachdenkt. Das ist ja so, dass man nicht drüber nachdenkt. Das ist so eine Blackbox. Oben kommt was rein, was lecker ist. Das muss lecker sein. Und dann irgendwas macht der Körper damit schon. Irgendwie wird das schon. Und das ist einfach zu kurz gedacht. Vor allen Dingen, wenn natürlich chronische Symptome anfangen. Dann muss man wirklich hinschauen. Und dann macht es schon Sinn. Und das ist das, was in der Testung rauskommt, dass bestimmte Lebensmittelgruppen einfach gemieden werden sollten und dafür andere mehr gegessen werden sollten. Und dann schafft man schon alleine über die Ernährung, es den Körper ganz gut stabil zu kriegen. Aber in einigen Fällen sind eben auch Nahrungsergänzungen nötig. Und da muss man halt draus testen, welche. Jetzt aus deiner langjährigen Erfahrung, wie oft war denn die Ernährung der entscheidende Faktor, dass es den Menschen dann plötzlich oder nachhaltig wieder besser ging? Immer. Es ist fast immer dabei. Es ist fast immer dabei. Also ich meine, ich kann jetzt natürlich nicht für die gesamte Bevölkerung der Welt sprechen. Ich kann für die Patienten sprechen, die auf uns zukommen und für die Teilnehmer unserer Kurse. Und da sehe ich natürlich, dass die Ernährung eigentlich so gut wie immer einer der Hauptfaktoren ist. Nie der einzige. Selten. Manchmal ist es wirklich der einzige Faktor. Aber es ist einer der wichtigsten Faktoren, den man niemals übersehen kann. Man kann da nicht drüber weggehen. Der ist zu wichtig. Es ist ein zu großer Teil in unserem Leben. Ernährung. Wir reden manchmal, wenn wir über Supplementierung sprechen, da gibt es also eine kleine Tablette mit irgendwelchen 150 Milligramm und erwarten von der kleinen Tablette, dass die uns komplett gesund macht. Wenn wir über Ernährung sprechen, nehmen wir mehrere Kilo am Tag an Essen auf. Und das ist also eine richtige Menge und Masse an Stoff, die da durch den Körper durchgeht. Und das ist oft etwas, was nicht so richtig wahrgenommen wird als möglicher Problemfaktor. Aber er ist es. Jetzt hast du gesagt, durch die Testmethode könnte ich herausfinden, welche Lebensmittel vielleicht gut für mich sind, welche Lebensmittel auch schlecht für mich sind. Und was sind so die größten Aha-Effekte, die die Patienten, die jetzt testen können, erleben? Das hätte ich nie gedacht, höre ich dann immer wieder. Also bei ganz vielen ist es tatsächlich so, Lebensmittel, die schlecht sind, sind die, die wir am meisten essen. Das ist vor allem Getreide. Alles, was mit Gluten ist, macht in der Regel irgendwann krank. Und das sind die Milchprodukte, die häufig auch ein Riesenproblem darstellen. Je nach Krankheitsbild kommen dazu tierische Produkte, wie Fleisch oder Fisch. Aber das ist nicht immer ein Problem. Aber die ersten beiden genannt sind fast immer ein Thema. Und das Interessante ist, was ich dann kriege als Feedback von Patienten und von den Teilnehmern, vor allem die, die das testen können, dass sie erstaunt sind, dass das anschlägt. Und dann gehen die häufig zu Hause natürlich her und testen ihre ganzen Sachen, die sie gerne essen, die ganzen Lieblingssachen oder die sie regelmäßig haben. Und plötzlich merken sie, wie der Körper auf die ganzen Dinge negativ reagiert, wie die Regulationen eingeschränkt sind. Der Körper blockiert auf Sachen und dann lassen sie das weg und spüren selber, wie Energie zurückkommt, wie Gesundheit zurückkommt. Teilweise sind sie ganz verwundert, weil sie ein Energielevel spüren, was sie gar nicht kennen. Also sie finden sich dann selber als nervös, obwohl sie gar nicht nervös sind, sondern sie sind normal. Und nach einer gewissen kurzen Zeit kriegen sie das in den Griff und haben, ist wie eine Neugeburt. Und das ist immer schön, als Feedback zu kriegen. Matthias, du machst das jetzt auch schon sehr lange und du hast ja auch dieses ganze Wissen. Und ich kenne dich jetzt auch schon ein bisschen privat und ich weiß ja, dass du jetzt auch nicht perfekt bist. Was würdest du sagen im Bereich Ernährung, was ist so dein größtes Laster, wo du eigentlich weißt, das ist nicht ganz so gut und du es trotzdem tust. Und was tust du, um das auch gleichzeitig wieder auszugleichen und herauszufinden, wann es eine Grenze erreicht, die ich nicht überstreiten sollte? Ich habe zwei Laster. Zum einen liebe ich immer wieder gerne meine Pizza. Allerdings versuche ich dann immer auf Käse zu verzichten, weil wenn Käse drauf ist, kriege ich sofort Hautausschlag. Ich merke das sofort an der Haut, dass ich etwas Falsches gegessen habe. Deswegen vermeide ich den Käse. Ja, die Pizza ist aus Gluten und ich weiß, dass ich auch ab einem gewissen Level mit Gluten reagiere, aber ich kann kleine Mengen vertragen. Also wenn ich einmal in der Woche theoretisch eine Pizza esse, dann falle ich da nicht tot um und es funktioniert irgendwie. Meistens ist es alle zwei Wochen nur, dass ich eine Pizza esse. Aber das ist einfach das. Man muss auf der einen Seite wissen, was das Problem ist. Auf der anderen Seite leben wir alle hier auf dem Planeten. Und man muss für sich selber wissen, kann ich es essen oder nicht? Bei Gluten ist ganz klar zu sagen, wenn ich jetzt persönlich eine Autoimmunerkrankung hätte, Hashimoto oder Rheuma oder andere Dinge, müsste ich streng sein und komplett verzichten. Wenn ich das nicht habe und einfach nur dafür sorgen will, dass mein Darm gesund bleibt, dann sind hin und wieder kleine Sünden völlig okay. Sie müssen halt im Rahmen bleiben. Mein zweites Laster ist Schokolade. Ich liebe Schokolade. Und da ist natürlich das Problem, finde mal Schokolade. Okay, milchfrei ist kein Problem, das geht gut. Aber zuckerfreie Schokolade oder Schokolade, die in Bio-Qualität ist. Das ist häufig schwierig. Und ich weiß, es gibt Länder, wo das einfacher geht. Ich lebe in einem Land, wo das nicht so einfach geht. Aber auch hier ist die Möglichkeit da, gesunde Schokolade zu kriegen. Mittlerweile stellen wir sie teilweise sogar selber her. Das bedeutet, du hast durch die Testmethode auf der einen Seite gelernt, was für dich gut ist und was für dich schlecht ist. Auf der anderen Seite kannst du auch jetzt mit dieser Testmethode genau herausfinden, in welchen Mengen und Maßen du die Lebensmittel oder die Dinge konsumieren kannst, die dir auch Spaß bereiten. Das bedeutet, es ist nicht gleichzeitig ein Verzicht, nur weil du testen kannst. Ja klar. Also du testest, wenn du austestest zum Beispiel, das habe ich immer wieder bei Teilnehmern, die sagen, ja schau mal, ich habe jetzt hier getestet und mein Brot hat nicht blockiert. Jetzt habe ich das gegessen und dann habe ich irgendwie am nächsten Tag wieder getestet. Jetzt hat es blockiert. Das ist genau dieses Beispiel. Es sind gleich kleine Mengen und sind okay. Ab einer gewissen Menge zu viel ist es dann eben nicht mehr okay. Man kann in der Testung genau raustesten, zum Beispiel wie viel Gramm Weizen oder Dinkel oder Roggen ist theoretisch noch verträglich und wie viel eben nicht mehr, wenn man das möchte. Für mich, es gilt eigentlich als Maßstab, wenn was schlecht ist, sollte man es komplett meiden. Aber wenn man hier und da mal sündigt, dann muss man eben vorher vielleicht raustesten, ist doch eine Sünde problematisch oder nicht. Du kannst jetzt mit dieser Testmethode auch wirklich genau herausfinden, was das Problem ist. Wie genau ist diese Testmethode aus deiner langjährigen Erfahrung heraus? Also ich habe ein Beispiel. Ich meine, ein Beispiel, was für mich die Genauigkeit immer wieder darstellt, ist eine Dame gewesen, die hatte ein Problem damit, die wollte nicht geröntgt werden. Sie hatte Angst davor, geröntgt zu werden. Warum auch immer. Kieferängste sind oft nicht rational, als sie wollte es einfach nicht. Aber sie hatte Probleme im Kiefer. Sie hatte eine sogenannte Kieferostitis. Das heißt, sie hat das Problem, dass im Kiefer sich bestimmte Stellen zersetzt haben. Und das muss operiert werden. Es gibt leider keine andere Möglichkeit, außer dass ein Kieferchirurg da rangeht. Jetzt will sie aber nicht geröntgt werden. Das heißt, was sie gemacht hat, ist, dass sie ein altes Röntgenbild von vor, weiß nicht wann, 20 Jahren mitgebracht hat. Und auch ihr Kiefer, natürlich nicht mit den Problemen drin, aber es war ihr Kiefer. Und wir haben dann mit der Testmethode genau an dem Röntgenbild mit ihr gemeinsam raustesten können, wo sind die Stellen, wo diese Kieferostitis ist. Ich habe geschwitzt, weil ich wusste genau, boah, die wird dann da aufgeschnitten. Also das war jetzt nicht ohne. Wir haben exakt rausgetestet, wo und wie. Ich habe es immer wieder kontrolliert und geprüft. Und dann ist sie mit einem markierten Röntgenbild, wir haben das überall markiert mit so einem Stift, ist sie dann zu dem Kieferchirurgen. Und zum Glück war das jemand, der diese ganzheitlichen Methoden kennt, der weiß, dass die Testung verlässlich ist und hat angefangen zu operieren. Und hat an all diesen Stellen genau diese Probleme gefunden. Also wir haben akkurat getestet, besser als ein Röntgenbild das dargestellt hätte. Und das ist nur, ich meine, das ist jetzt das Pro-Level. Das kann man mit dem Profi-Level machen. Aber das heißt einfach nur, wie genau die Testmethode ist. Das heißt, wenn rauskommt, Gluten wird nicht vertragen, dann wird das nicht vertragen. Und ich weiß es von Dr. Klingert, meinem Lehrer und Mentor. Bei ihm ist das große Problem, dass er in den Staaten praktiziert und dort stehst du als Therapeut, als Arzt mit einem Bein immer vor Gericht. Weil du wirst super schnell verklagt. Und bei ihm ist dann so, dass er diese Testmethode ja entwickelt hat. Und er hat dann immer, wenn er was gefunden hat, danach das Ganze befundet. Das heißt, er hat gefunden, du verträgst kein Gluten. Dann hat er ein Labor gesucht, das das nachweist. Die meisten Labore können das nicht. Aber er hat eins gefunden. Er hat sogar teilweise mit Laborärzten, also Laborleitern gesprochen, wie man Untersuchungen verbessern kann, um bestimmte Keime zu finden. Um genau rauszufinden, ob irgendwo Borrelien sind oder Epstein-Barr-Virus oder anderes. Und dadurch war diese Testmethode oder ist die Testmethode super genau geworden. Und einfach verlässlich. Und das ist auch der Unterschied zu anderen Varianten, die mit einer ähnlichen Testmethode arbeiten. Wir arbeiten so, dass wir hundertprozentige Ergebnisse kriegen. Wir haben ja festgestellt, du bist 2025 komplett ausgebucht. Und du erzählst mir jetzt die ganze Zeit die Geschichten über das Testen und wie gut das Testen ist und wie das Testen mein Leben verbessern kann. Wie kann ich das Testen jetzt lernen, wenn du ausgebucht bist? Naja, wir haben halt uns länger schon Gedanken gemacht und haben ein geniales Ding auf den Markt geworfen. Also wir haben einfach ein Produkt, einen Kurs, mit dem man das lernen kann. Werde dein eigener Arzt. Das ist das Praxis-Family-System. Damit kann jeder zu Hause lernen, wie die Testmethode geht. Und das funktioniert. Wir haben hunderte Teilnehmer, die Erfolg damit haben. Und das ist mega gut. Das ist betreut. Wir haben neben dem Kurs, haben wir einfach immer die Möglichkeit, dass man mich fragen kann oder einen Experten fragen kann, in welcher Form man Hilfe kriegt, wo noch Unterstützung gebraucht wird, was auch immer. Aber die meisten, die den Kurs machen, kommen da super durch und schaffen das. Warum ist das so? Ich bin in meinem Vorleben mal Erwachsenenbildner gewesen. Ich bin Diplompädagoge und Andragoge. Das heißt, ich habe gelernt, wie man etwas beibringt kann. Deswegen ist der Kurs auch gut. Und man kann wirklich peu à peu genau lernen, was wir in der Praxis machen, was uns so erfolgreich macht und kann das zu Hause für sich exakt so anwenden. Mega gut. Sollte jeder können, meiner Meinung nach. Das heißt, um das Testen lernen zu können, war der erste, nächste sinnvolle Schritt für mich, zu sagen, ich melde mich zu deinem Live-Webinar. Unbedingt. Weil in dem Webinar erzähle ich exakt, was dort passiert, wie wir das aufbauen, was ist die Testung, wie genau geht das eigentlich, dass man das einfach gut verstehen kann. Und wir hauen da so viele Informationen raus. Lohnt es sich auf jeden Fall, da mitzumachen. Okay. Und den Link finde ich bestimmt hier in der Beschreibung, oder? Wenn du schon zu fragst. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kenne ich ja schon einige Personen, die schon bei euch in der Praxis sind, diese Testmethode können. Und ich habe jetzt auch in letzter Zeit immer wieder die Frage gehört, jetzt kann ich das testen, kann ich das auch denn bei anderen anwenden? Und ich kenne dich jetzt schon ein bisschen. Magst du da schon mal was dazu verraten, dass es da vielleicht sogar bald was ganz Neues gibt? Ja, ja, ich bin gerade im Moment sehr beschäftigt damit. Wir haben dieses, oder im nächsten Jahr, Anfang des Jahres, Januar wahrscheinlich, kommt ein Ding raus, das wird der Knaller. Ich hätte mir exakt das gewünscht, als ich vor rund 15 Jahren angefangen habe. Das wird ein Coaching, eine Ausbildung zum Regulationscoach. Und das Ding ist der Knaller. Das ist so umfassend. Wir zeigen die komplette professionelle Testmethode in einem Setting, wie man es in der Praxis machen kann oder als Coach mit Klienten. Alles rechtlich in Ordnung, alles erlaubt, so zu arbeiten. Man kriegt am Ende einen Titel. Das ist dann eine zertifizierte Möglichkeit, sich das Ding auf dem Schild zu schreiben, an die Praxis zu hängen. Und wir unterstützen nicht nur in dem ganzen Know-how-Bereich mit all den Protokollen und all dem, was dazu gehört, sondern wir geben auch noch eine komplette Schulung ums Business, wie man mit dem Ding erfolgreich wird. Und durchaus vierstellig, wenn nicht sogar fünfstellig, verdienen kann. Und das ist es, was das Ganze einfach einmalig macht. Lohnt es sich dann jetzt beim Live-Webinar dabei zu sein, wenn ihr im Januar diesen Regulationscoach... Das ist überhaupt nicht verloren. Man kann jetzt dabei sein, kann das alles lernen. Man kann auch das Praxis-Family-System sich einfach schon mal besorgen und lernen und vorarbeiten. Denn das ist exakt das Gleiche, was dann im Coaching ist. Aber im Coaching ist einfach noch mehr dazu. Das heißt, alle, die, die das vorher gelernt haben, tun sich dann im Coaching viel leichter und kommen viel schneller weiter. Okay, jetzt hast du vorhin gesagt, du bist 2025 ausgebucht. Und nimmst du trotzdem die Zeit, jetzt die Leute uns zu unterstützen? Wie genau läuft das ab? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, alle Leute, die jetzt in irgendeiner Form uns anfragen, bekommen Hilfe, bekommen Unterstützung. Wenn wir das mit dem Coaching haben, ist es so, dass in dem Coaching Experten da sind, die dann uns weiter auch noch mithelfen, mitunterstützen. Und alles, was irgendwie jetzt für die Programme an Unterstützung da ist, ist ja da. Einmal im Monat haben wir eine Live-Session, einen Live-Call. Wir haben eine Telegram-Gruppe, in der ich tatsächlich viel zu viel drin bin. Meine Frau schimpft immer, dass ich immerzu in der Telegram-Gruppe unterstütze. Aber ich liebe das. Ich mache das gerne. Man merkt mir einfach, dass du auch mit Herz und Seele bei der Sache dabei bist. Dann die letzte Frage zum Abschluss der heutigen Folge. Einige Menschen probieren super viel aus und spüren nicht wirklich eine Verbesserung. Was würdest du diesen Menschen raten, um ihren Zustand systematisch zu verbessern und die richtige Lösung zu finden? Ja, das ist ja ganz... Wenn ich jetzt Auto fahre, mein Auto macht ein komisches Geräusch. Und ich gehe dann mit diesem Auto, fahre ich dann in irgendeine Werkstatt und hole mir dann irgendwie keine Ahnung, neue Reifen. Das heißt ja noch nicht, dass mein Auto wirklich behandelt wurde richtig. Also, dass das Geräusch weg ist. Aber so machen wir das mit dem Körper. Dann fahre ich vielleicht mit dem Auto zum Lackierer, hole mir neuen Lack und dann fahre ich noch woanders hin, hole mir irgendwie, keine Ahnung, einen neuen Auspuff. Aber das Auto macht immer noch komische Geräusche. Das heißt, jeder würde ja sagen, ja gut, du musst ja richtig untersuchen. Du musst ja gucken, was das Auto hat. Das ist eigentlich logisch. Das Problem ist nur, dass wenn wir das Ganze versuchen mit den Möglichkeiten, die uns die Krankenkassen bezahlen und die uns die Ärzte bieten, dann kommen wir eben ähnlich wie bei dem Auto zum Lackierer, zum Reifenhändler, zum Reifenhändler, zu was auch immer. Aber niemand guckt wirklich auf die echte Ursache. Man braucht also einen umfassenden Blick. Und Blutuntersuchung ist nicht ein umfassender Blick. Wenn ich beim Auto das Öl rausnehme und untersuche, sagt mir das doch nicht, ob irgendwo irgendein Kolben nicht funktioniert, sondern es ist einfach nur ein Hinweis, okay, mit dem Öl stimmt was nicht. Das soll einfach heißen mit dem Beispiel, wir brauchen eine ganzheitliche Methode, um drauf zu schauen. Und das ist das, was man mit der Testmethode lernen kann. Ganzheitlich drauf schauen, alle Faktoren, die für eine Krankheit verantwortlich sind, anschauen. Und dann gibt es exakt wie bei einem Save, wie bei einer Kombination, genau das Protokoll, was man braucht, um sich selbst wieder gesund zu machen. Das ist möglich. Okay, danke Matthias. Und wenn ich jetzt irgendwelche Fragen hätte oder so, welche Möglichkeiten hätte ich da? Ja, der erste Weg ist natürlich, schau hier unten in die Shownotes und melde dich erstmal einfach zum Webinar an. Da kriegst du wahrscheinlich schon mal einen ganzen großen Teil deiner Fragen direkt und klar beantwortet, vielleicht sogar noch mehr. Und wenn das immer noch nicht gereicht hat, schreibst du uns einfach eine E-Mail an podcast.diepraxisfamily.com. Wird auch hier unten in den Shownotes sein. Und was natürlich super ist, lass uns eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Gib uns einen Thumb-up. Und wir freuen uns, wenn du beim Webinar dabei bist. Und definitiv folge uns auf Instagram. Da kriegst du jeden Tag Content und kannst uns über die Schulter schauen, wie wir das Ganze, was wir lehren, auch leben. Danke Matthias für deine Zeit. Gerne.